Hallo, mein Name ist Ulrike Plona von der Firma Googler Crossmedia aus der wunderschönen Wachau in Österreich. Der Grund, warum wir bei der Initiative Online Print mitmischen, ist, dass der gesamte E-Business-Print-Bereich noch nicht definiert ist, maßgebliche Regeln für den Markt fehlen und müssen noch geschaffen werden. Im Sinne unserer Kunden möchten wir uns daran beteiligen.